Hallo! Tutorial! Wir machen Tutorial! Wir zeigen euch heute, wie ihr super einfach dieses Bett aufmachen könnt. Wir haben jetzt 200 Euro von Nimmelkampf. Das ist mein Lieblingssatz. Wir haben jetzt einen Akkuschrauber und einen Hammer. Du kannst auch reden. Mit einer, der vorne läuft so und hinten hat eine schöne Schlagfläche, mit der man hämmern kann. Ich zeige mal den Akkuschrauber. Kommt erstmal mit so Schleichwerbung, will ich es zeigen? Mit einer Brauchsanleitung. Und der Akkuschrauber. Achso, so sieht es vorne aus. Mit der Nagelschere. Auf meiner besten Leger Tonke auch. Ja. Ja. Wir schreien mal mit der Nagelschere. So wie hier der Saus. Das ist ganz viel voll drin. Ganz viel voll. Man kann auch, nachdem man einen kleinen Schnitt gemacht hat, einfach mit den Fingern das aufmachen. Aber das ist absolut nicht einfach. Die Schwetzentechnik muss ich jetzt dazu. Da braucht man echt gute Nagelschere. Hier sieht man jetzt ganz viel Holz. Ganz viel. Ganz. 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 Das haben wir dreimal. So kommt das verpackt an. Wir haben eine Tüte. Voller Schrauben. Und so Stangen. Und da ist so ein grünes Ding drin. Ganz. Vielen Dank. Wenn man Skiflämmer hat, kann man das immer noch ein bisschen korrigieren. Machst du ja die andere Rechnung? Ja. Am besten ist es, wenn ihr vorher mit der Schraube da so reinkamert, also ein paar Mal rauf, aber damit da so ein kleines Raub entsteht. Weil die Schrauben sind nicht sehr spitz. Und die gehen deswegen sehr schwer da rein. Dann muss man so in kleinen Pump stößen quasi. Immer wieder so schrauben, schrauben, schrauben. Dann reinkam das jetzt. Ja. Jusgen, das jetzt. Montage-Live! Mach das bitte hier draußen. Das ist eine Montage-Lime. Ja. Ich sage gerne, dass ich eine gute Lage bin. Mach mit. Das ist wie fast. Das ist voll gut. Lass uns mal warten. Lass uns mal warten. Kaban! Das ist nicht so schnell. Das liegt jetzt einfach und dann schnell. So, es geht weiter. Ja. Man sieht quasi, was jetzt passieren soll. Hier ist ein Rahmen jetzt. Den ja. Den wird es jetzt am Zusammenspiel. ... ... ... Depois. Spannende. Passte. eine. Au. Ein Mann. Untertitelung des ZDF, 2020